Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ja, hier Mario Kart mit den DaluKart. Mario Party, hallo. Mario Party, so rum. Mit den MacManias. Hi Leute. Und mit der Geekskirt. Hallihallo. Was hab ich gesagt? Mario Kart. Welche Mem spielen wir eigentlich? Wir spielen jetzt nicht Toad Town. Lost Forest, glaub ich. Lost Forest. Ja, ja. 40 Felder noch bis zum Dings. Ja, ich hab ne 1 gewürfelt. Ja, ich auch. Ich hab ne 2. Aber wieso bin ich jetzt auf einmal auf Feld 5? Man weiß es nicht. Du hattest 3 Felder nach vorne geworfen? Äh, da war ein blaues Feld. Es gibt auch bei Mario Party, das ganze ist ja Mario Party immer ein gutes und böses Feld. Ja. Oh, nice. Oh, das ist cool. Du kannst auch auf ein Bowser-Feld kommen, dann wirst du 3 Blöcke zurückgeschmissen. Oh, ja. Ah, das hatte ich das letzte Mal. Da war ich letzter. Oh, viel zu viele Leute gerade hier. Okay. Ich bin bereit. Verteilt euch. Ich bin verteilt. Orange. Und du, dass du genau draufstehst, ist manchmal echt blöd. Ich fall manchmal auch direkt runter. Ich versuch mein Bestes. Orange! Hilfe! Ich versuch mein Bestes. Ich versuch mein Bestes. Oh. 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 Ja, aber ich hab das eine Grün mit dem anderen vermisst. Ach so, okay. Das war... Nicht mal Rot-Grün-Plinz, sondern es war Grün-Grün-Plinz. Was war denn das jetzt für eine Farbe? War das altbeige oder was? Alterbeige. 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 Herrlich. Oh, Dalu. Was? Stand auf blau? Das ist rausgefallen. Ach, stand auf hellblau. Pass ab, willst du nicht? Oh. Ist das blöd. Lila. Oh, Dalu ist schon wieder noch drin. Das gibt's ja nicht. Mit 3 an... Das war scheiße. Da kam ich nicht hin. Da konnte ich nicht hinkommen. Wir standen zwischen den beiden Lines. War nicht gratis, ja. Einfach. Oh. Oh. Oh Gott, wer ist jetzt über? Oh, ja. Der hat grad noch so einen roten Block gehabt, ne? Der Haas. Oh Gott. Ja. Good luck, mein Freund. Aber da ist ein Dritter. Du darfst zweimal waffeln. Ich krieg so einen plus zwei Würfel. Also eins oder zwei. Immerhin. Seiner ist sehr nice. Ja, ja, ja. Ist nicht so gut da. Und... Ach, ne zwei. Jawoll, schon mal ne sechs. Ich hab ne vier. Oh, das gibt's ja nicht. Und jetzt kommt noch ne zwei wenigstens. Ja, sechs und zwei. Immer ne drei. Na ja, gut. Ich hab wenigstens mal was höheres gewoffelt als ne eins oder ne zwei. Wer steht eigentlich bei dir noch hier? Seht euch alle noch. Das ist ein gutes Zeichen. Ich bin momentan auf Platz eins und irgendwo in so nem Schlucht... Es wird gespielt in Survival Games. Es wird gespielt in Survival Games. Ach du Schande. Das ist das, was ich nicht kann. Das ist Survival Games in ganz kurz. Also es ist ne ganz kleine Map. Mhm. Mit ein paar Häusern und so. Natürlich... Kisten einfach rechts klicken, dann lootet ihr direkt. Also los geht's. Einfach ne Kiste mit rechts anklicken und ist sie leer. Ist immer entweder ne Waffe drin oder sonstiges. Okay. Müsst ihr euch mal ein bisschen beeilen. Und hier kommt's nur darauf an. Also ich bin mir nicht sicher, wenn's nur bei Unentschieden sind, glaub ich, die Kehle ist sicher. Aber sonst wo der einfach zu... Am längsten lebt. Oh, ich fick keine Küsten. Geh, geh in Towers. Gehen die Häuser neu. Ja, ne kleine Map ist aber auch ein bisschen süß gesagt. Gibt's auch bei Gumme hier. Die ist so weit. Ja, die gibt's auch bei Gumme. Und die ist ne klein. Hm? Ein Steinschwert. Ja, Gott sei Dank. Oh, ich bin tot. Ach Mensch. Hat ja lange geklappt. Ja, das hat sich gehauen grad bei mir, ja. Ich könnte euch helfen. Jawoll. Jawoll. Ja, du bist auch tot. Randy. Und alle haben den... Ja, das ist ja... Goldapfel Action. Oh, da wird er mich gleich holen hier. Das gibt's doch nicht. Ja, die sucht dich. Die spielen ja den ganzen Tag nichts anderes. Wahrscheinlich. Ja, PvP. Also hier Survival ist echt schwer, wenn du das spielst. Ah, jetzt kämpft einer an dem Feld. Oh, was ist denn hier los? Wann wär ich immer wieder zu früh geportet? Dalu bist du raus? Jetzt gleich. Okay. Wo ist Dalu? Ja, ich seh Dalu hier. Oben im Haus. Doch, doch. Ich bin hier oben in so einem Haus drinnen. Und hier ist einer in meinem Haus drin. Ach so, okay. Aber ich habe gerade schon drei Leute gekillt. Weshalb ich gerade kurz ein bisschen regenerieren muss. Oben im... Hier gibt's ein Haus, das hat auf jeden Fall einen Haufen Weizen draußen, ne? Sind da rausgegangen gerade. Okay. Aber die Map ist gar nicht so schlecht, finde ich. Ich finde sind noch immer... Hat Dalu jetzt... Ist Dalu hängen geblieben oder so? Nee. Hört ihr mich nicht mehr? Nee, ich... Da unten ist Dalu. Da unten ist Dalu. Da unten ist gut. Ja, da unten ja bei dem Haus. Ah ja, ich seh ne. Ich seh ne. Ähm... Auf jeden Fall ist in deiner Nähe ein größeres Haus und da ist jemand. Ich seh nen Namen. Weiß nicht was er da macht. Da vor dir. Der kämpft da drin. Das ist fein Bohm. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Werde belästigt in Steam. Ist ohne schlecht. Da oben ist noch einer. Jawoll. Schieß den runter den Sack. Die campen alle. Ja, die campen alle in den Häusern gerade eben. Und zwar in dem Haus... Nee. Äh... Ja, hier auf dem Haus ist einer drauf. Ich guck, ob ich hier schnell hochkomme. Ach, genau da oben. Das hab ich jetzt nicht gesehen. Das Spiel ist vorbei. Egal, ich hab trotzdem die meisten gekillt. Oh nice. Das ist cool. Ja. That's cool. Du kannst dich zwar verstecken, aber am Ende zählen die Kills. Okay. Jetzt müssen wir wieder würfeln. Richtig. Das Schlimmste bei der ganzen Geschichte ist das Würfel. Ne Fünf. Ne Fünf. Der Sachse würfelt auch immer gut. Chillin Five. Äh, ich bin jetzt auf Feld 29. Oh, jetzt habt ihr mich abgelenkt. Hier sind grad voll viele Leute gelandet. Und ich hab dann aus Versehen gedrückt. Alter, wie viel sind wir hier drauf? Und noch bin ich erster, aber nicht mehr weit. Ich bin Feld 12. Ja, ich seh deinen Namen. Das ist sehr gut. Was, Sachse? Wie bist du da hinkommen? McManus ist momentan aufm Letzten. Letz. Oh mein Gott. Was sieht man das? Wettrennen. Och nein. Oh, das Wettrennen nochmal. Es gibt noch andere Spiele. Wir haben jetzt echt nur Pech. Es gibt noch richtig viel. Also in der Hinsicht noch ein paar andere. Es ist das beste Spiel überhaupt. Pferderennen ist das beste. Ich kann's nicht. Ja, das ist super. Pferderennen ist mein Lieblingsspiel. Beim Wettrennen, da bin ich eigentlich immer auf Konstanz. Das ist meine Strecke hier damals, als ich noch jung war. Als du noch jung warst. Ich hab die Strecke schon gelaufen. Da waren die Brücken noch nicht mal da. Ja, noch vor dem Kaiser. Ah! Da war das Gras noch nicht grün, als ich hier schon gerannt bin. Ja, sehr nice. Oh fuck. Ein paar Leute verfolgen mich hier. Ah! Fuck! Ich bin wieder runtergefallen. Oh nein. Das ist ja eine aktuelle Position. Kann man nicht sehen, ne? Ich weiß, was ich erster bin. Ne, du kannst das leider nicht sehen. Aber eigentlich, wenn du, sag ich mal, die Strecke halt ein bisschen kennst und normal rennst, siehst du ja alle. Ja. Die vorne noch mit dabei sind. Das stimmt, ja. Was macht die alle hier? Mensch. Das Spiel hat aber behinderte Checkpoints. Also was andere, oder? Ich bin runtergefallen. Das ist nicht wahr. Ich gebe auf. Das erste Mal, dass ich das Wettrennen verliere. Das, ich bin noch mal runtergefallen. Trainer. Ja. Das ist der Trainer. Um einen verdammten Meter weit. Echt jetzt. Ja, was ist hier passiert? Ich habe falsche Infos gekauft. Wo ist der Trainer? Ja, man weiß es nicht. Ich glaube, der Trainer hat heute frei, oder? Hättest du ihn vielleicht mal nicht freigegeben dürfen. Im Qualifying, da war ich hier noch spitze. Oh nein. Oh nein. Hier läuft jetzt noch einer vor mir. Ein Mädel. Oh, da sind... Oh Gott. Vielleicht kriege ich noch den dritten. Ja, dritter ist noch drin. Ist er denn, dass ein Mädel fällt noch runter? Boah. Ja, das hasse ich an Minecraft hier einfach. Ah, ok. Warum haben die das Spring auf der Leer-Taste? Kannst du doch umändern. Ja, das doch. Trotzdem. Oh, ich war so gut. Nein, Norman. Ich wollte weiterlaufen. Oh, ungetattelt. Entschuldigung, aber ich muss mich mal kurz an den Kopf fassen. Und? Oh, ne 5. Ne 1. Ja, ne 5. Jetzt hab ich auch noch Pech. Und jetzt wirfst du noch ne 1. Wetten? Jaja, aber ich hatte auch nur ne Bronzewürfel. Ich darf das. Ich bin alleine auf dem Feld. Ah, ich bin wieder bei Randy. Und damit bin ich nur noch 2 da. Ah, ein blaues Feld. Ich hab nochmal plus 3 geschenkt bekommen. Leute, was macht ihr alle auf meinem Platz? Das geht weg hier. Auf welchem Feld bist du aktuell? Äh, 25. Auf der 22 gibt's Gratisfelder. Ah, okay. Wichtig sind Gratisfelder. Oh, wir haben aber auch wirklich selben Feld. Ja, ich wollte gleich sagen. Hat weiß. Es gibt noch das Mean-Feld. Es gibt noch Dropper, Pferderinnen. Das ist Stop and Go. Immer wenn du nur bei Grün laufen darfst. Ah, cool. Das ist nice. Und Konzentration. Was ist denn los mit dir? Ich muss mich schräg generieren, sonst sterbe ich. Ja, Sterben zieht 5 Kills ab. Das war ganz bitter. 5 Kills? Ja, wenn du stirbst, hätten du 5 Kills abgezogen. Kannst du überhaupt sterben? Ich bin vorne zu die Lava gelaufen. Ich hab da unendlich... Naja, ich brügel mich immer gerne mit allen Mobs. Also da, wo keiner ist. Um so viele wie möglich zu kriegen. Und das ist halt dann der Nachteil. Weil dann ist halt Rechse irgendwann... Also! Bist du gestorben? Ja, du 10 Kills. So viel Darts. Ah, du... Na, 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 Reini. Erster! Noch erster! Und wir wurden 5 Kills abgezogen. 31 Kills hab ich gemacht. Ich weiß nicht mal auf welchem Platz. Ich war erst abgesehen. Ich sehe jedes Mal mein Name nicht. 31 Kills hab ich gerollt. Wo stand mein Name? Habt ihr den gesehen? Oder war ich einfach nur blind? Nee, es ist die Top 3 mit langer Zeit. Ne 5! Und ne 1! Und ich würfel... Ah, ne 3! Verdammte Scheiße! Eine 5! Dalu geht nach Hause. Er gibt auf. Das machen wir nicht. Ah, wenigstens hab ich noch den Gold würfeln. Du hast eine 3 gewürfelt. Ah, Alter! Ich stehe auf dem blauen Feld. Ich allein in einer Schlucho! Ey! Was? Der Browser hat sich geschnappt. Der Wort ist 3 Felder zurückge... Ja... Ich bin jetzt auf Platz... Ich bin auf Feld... Ich bin auf Feld... Ich bin auf Feld 25. Oh, das ist nicht so weit weg. Ich bin nur auf 30. Äh... Nach 18 Felder? Ähm... Jetzt müsst ihr... Mit Leertaste sprintet ihr unten natürlich sonst normal wie immer. Also W gedrückt halten und Leertaste. Ja... Und drückt am besten F5. Third Person ist besser. Standort. Wie? Leertaste muss gehalten werden? Sprinten und Leertaste spammen. Also ganz normal Sprint und immer Leertaste drücken. Und dann geht's rund. Ich seh nichts! Natürlich noch längst. Ihr müsst mit F5 am besten Third Person gehen. Oh, ich bin in die falsche Richtung. Los Sachse! Was willst du? Treibt den Gaul an! Oh, Ferderenne ist cool! Ferderenne ist cool! Ferderenne ist das coolste! Oh, das Pferd driftet! Was ist da los? Wieso driftet das Pferd? Es ist glatt auf der Regenbogenboulevard. Alter Schwede! Oh, wir haben hier ein heißes Bett. Ist der Sachse noch auf der 3? Ja, ja! Ich bin noch auf der 3! Der Sachse kämpft hier mit seiner Stut. Was? Lol! Es hat geleckt! Oh Mann, ich hab bei mir gerade stehen geblieben. Lol! Oh, fuck you! Ey, schuldigung. Aber das Pferd kann nicht springen, ja? Nein, das Pferd kann nur rennen. Ist ein Laufferd. Das Pferd ist blöd. Das Pferd kann nur rennen. Ist ein Sprinter. Ich will ein Sprintpferd. Buddy, gib mal ein Sprintpferd. Oh ey, das geht so in den Daumen, ne? Das ist ja gar gespielt. Ja, auf jeden Fall. Aber das Pferderennen gewinne ich eigentlich in der Regel immer. Oh, aber leck mir das so! Ich bin da der Profi-Reiter. Hat's bei dir auch geleckt? Ich bin einfach so rum. Ja, ich bin mir runtergefallen. Na dieser Scheißdreck hier. Oh, leck mich. Okay, abkürzeln. Nein! Oh, verdammte Scheiße! Was ist das? Oh, das Pferd. Ich geh. Ist schon nicht so einfach. Ne, es ist nicht einfach. Mein Daumen tut jetzt weh und ich hab das Gefühl, ich hab die Tastin nie getroffen. Ich gehör mit dazu, Ned. Aber sehr lustig. Ja, ist lustig. Und... Zack! Ich hab ne Sechs gewürfelt! Yeah! Hex. Jawoll, ne Fünf und ne Fünf. Zehn Felder nach vorn. Oh! So ein Cheat. Puh! So, jetzt aber. Nancy ist Zweiter momentan. Nancy... Und ein Bowser-Feld und es schubst mich vier Felder zurück! Lol, ernster? Damit ist Nancy fast wieder dran. Obwohl ich nichts kann, bin ich dran. TNT Run. So wie Tron und Snake. Also ihr habt hinter euch... Alles, was hinter euch ist, macht ihr weg. Ihr müsst immer laufen oder springen. Also immer in Bewegung bleiben. Alles hinter euch geht kaputt. Und das Ziel ist es? Wer runter fällt, ist raus. Wir haben ja als letztes zu leben noch. Achso, man kann dann Damage bräuchten runter fallen, oder? Genau, genau. Oh, das wird eng. Das wird eng, Mr. Tino. Das wird eng. Das wird eng. Das wird komisch. Das wird komisch. Sachsen Gaming. What the fuck. Das war ein Fehler. Oh, da du. Du bist du. Scheiße. Ah, lol. Ich bin abgeschossen. Das war eigentlich nicht meine Intention. Puh. Oh, nur noch zu zweit. Da geht's drum. Wer hat mehr Boden? Wer hat mehr Luft? Na, 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 na. Ich hab gar keine Luft, glaube ich, mehr. Nee, du hast jetzt keine Luft mehr. Oh, das wird klappt. Oh, das wird klappt. Ah, das ist echt krass. Ah, das ist echt krass. Du bist noch dritter, ja? Los, kommt's, Leute. Ich zeig den Basilosh. Oh, da ist auch gleich Ende hier. Da ist auch gleich Ende. Ja, bei Deutsch, der hat hier... Er nimmt die Außenbahn noch nicht. Ja, aber er hat nicht mehr viel Platz in der Außenbahn. Von da ist nichts mehr übrig. Das ist nicht mehr viel. Jetzt hat er wieder, jetzt hat er wieder. Ah, dann wird's ganz eng. Aber da vorne wird's eng. Wo ist unsere andere? Oh, das war's. Das war's. Ich steck im Boden. Das ist cool. So, let's würfel. Let's würfel. Uh, yeah. Jetzt komm, lass uns mal ordentlich würfeln. Und eine fünf. Sechs! Ah, Mist! Eine drei. Wenn ich eine fünf gewürfelt, wär ich wieder aufs Bowserfeld gerannt. Mist. Welche Farbe hat er das Bowser? Braun, ne? Rot. Ja, rot. Toll, dann haben wir uns doch geschickt. Oh, ich hab's gerannt. Oh, du... Oh! Mann! Ich hätte gerne irgendeinen Platz abgestaugt, aber nein! Oh, nein, sie. Na, war der letzte Würfel zu mir nicht gnädig. Die Geister feiern mit uns. Alle... Feiern. Die Geister sind vorbei. Oh, Feuerwerk! Das war das Ende. Und ich, gerade schon vorbei. Nicht schlecht. War lustig. Ja, ist echt cool. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Im Boden? Ja, dann war's das im Endeffekt auch schon wieder mit dieser Folge. Tja, wenn's euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Positive Werten und schaut bei den anderen vorbei. Alles in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn ich jetzt diesen Ladebildschirm auch wegkriegen würde, könnte ich das Video auch beenden. Genau, jetzt bis dann. Und ich unter dem Boden bin ich. Tschüss! 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 .